Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in der vierten Arena Saison unterwegs mit den deutschen Kreuzer der Königsberg. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module, Verbesserung und Kapitänskinderung ich nutze. Ich habe einmal Zielsystem Mod 1 verbaut und die Verbesserungen sind beide eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Karl von Müller mit der Basisfähigkeit Tüchtig und geskillt habe ich einmal Loderne Flammen, Pyromane, Durchstoßen fixiert. Als legendären Skill die Nachfüllstation und bei den Inspirationen nutze ich den Francesco Mimbelli und den Nikolai Kuznetsov. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Neuer Morgen im Arena Modus. Mit dabei der Black Yamato und der D-Ribs, hier beide im Zerstörer. Los geht's, los geht's. Schauen wir mal, was uns hier in der Runde erwartet. Königsberg natürlich ein richtig geiles Schiff in diesem Modus, in der Arena Saison allgemein. Auf jeden Fall mein Lieblingskreuzer auf der Stufe. Vielleicht nicht unbedingt der stärkste, die Emil kann da wahrscheinlich gut mithalten, was die Stärke angeht. Aber ein tolles Schiff. Wir konnten uns jetzt hier direkt den ersten Buff einsammeln. Verbesserte Ruderstellzeit ist zwar ganz nett, aber nicht unbedingt den Buff, den wir unbedingt haben möchten. Trefferpunkt Regeneration ist natürlich immer ein Buff, wo man gerne Ausschau nachhält. Oder halt auch verbesserte Nachladezeit. Wie ihr gesehen habt, haben wir aber auch hier die Königsberg auf die Nachladezeit geskillt. Und wir hätten hier sogar direkt genebelt. Sehr schön. Können dort vielleicht ein bisschen die Kirov ärgern. Switchen auch direkt mal auf die AP Munition. Die Kirov doch hier in Anführungszeichen relativ breit Seite. 3000 Schaden, ein bisschen hoch gezielt. Die Salve sieht ein bisschen besser aus. Ah, immer noch ein bisschen hoch. Warte eigentlich auch, dass er jetzt hier mal raus dreht. Aber jetzt dreht er raus. Damit habe ich schon ein bisschen früher gerechnet. Und diesmal hat es auch richtig gescheppert. Drei Zitadellen gegen die Kirov. Und die nächste Salve ist schon in der Luft. Und die nächste Zitadelle. Und so konnten wir uns schon mal das erste Blut sichern. Sehr nice. Bis mittlerweile haben wir auch schon zweimal schnelleres Nachladen hier eingesammelt. Beziehungsweise wir nicht. Unsere fleißigen Zerstörer-Divisionskollegen. Und das kommt uns natürlich zugute. Königsberg macht halt richtig Laune. Und wenn man natürlich noch bessere Nachladezeit kriegt. Da sind wir jetzt hier schon knapp unter 6 Sekunden. Das ist natürlich super. Wir gehen jetzt hier mal auf die feindlichen Zerstörer. Gucken wir mal, ob wir hier die Minikasa noch treffen können. Ah! Vielleicht hätten wir getroffen. Aber genau in dem Moment wurde die Minikasa von dem orangenen Team weggetorbt. Schade, schade. Fast den zweiten Kill hier geholt. Oh! Und okay. Die Königsberg hat die Retourkutsche vom roten Team kassiert. Ein bisschen schade. Hier unten hat die auf jeden Fall Potenzial. Leider zwei Ziele jetzt hier schon mal draußen. Und da haben wir die Monte Cuccoli. Der letzte verbleibende Kreuzer entdeckt. Wett er da rückwärts oder was macht er da? Laden mal direkt zur AP-Munition rein. Da ist die Paragut. Wir können auf jeden Fall hier auch aggressiv fahren. Sind halt nur noch Zerstörer übrig. Und die Monte Cuccoli. Oh! AP! Oh! Oh! Drei Zitadellen gegen die Monte Cuccoli. Und die nächste Salve draußen ist er. Fünf Zitadellen. Vernichtender Schlag. Und weg ist er. Damit sind jetzt wirklich nur noch feindliche Zerstörer übrig. Der D-Rips hier auch. Mit dem Kill gegen die Potwalski. Und wir haben mittlerweile schon viermal den Nachladeboost. Wie geil ist das denn? Unsere Nachladegeschwindigkeit macht einfach so Laune. Holy moly. Das geht schon ab hier. Unsere Königsberg hier richtig auf Steroide. Auf Nachladezeit geskillt. Und dennoch mit der Nachlade. Mit den Nachladeboostern. Konnten uns jetzt hier auch nochmal direkt zwei Kills sichern. Nachladezeit von wahrscheinlich schon vier Sekunden oder sowas. Haben wir jetzt hier erreicht. Oder fünf Sekunden sind es wahrscheinlich ungefähr. Und wir haben noch zwei Nachladebooster auf der Karte. Und ich glaube nicht, dass die gegnerischen Zerstörer versuchen die einzunehmen. Weil wir jetzt hier pushen. Wahrscheinlich. Wenn der D-Rips und der Black Yamato die beiden hier noch einnehmen. Denn sind wir hier mit der maximalen Nachladegeschwindigkeit am Start. Leider ist halt nicht mehr viel übrig. Müssen wir dazu sagen. Nur noch zwei Zerstörer. Die versuchen wir jetzt hier zu pushen. So der D-Rips hat nochmal Nachladebooster eingesammelt. Und der Black Yamato nimmt jetzt auch noch einen ein. Damit haben wir sechs Nachladebooster unten. Wenn man sechs Stück von einem Buff hat, das ist das Maximum was geht. Dann wird das Ganze auch orange. Sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Und ich bin sehr gespannt, was die Nachladezeit jetzt angeht. Da haben wir die Fanger gut als Ziel. Für Schütze drehen wir mal rum. Und wir achten mal drauf. Viereinhalb Sekunden. Oder niedrige vier Sekunden Nachladezeit. 4,4, 4,3. Das ist natürlich brutal. Allerdings ist natürlich jetzt hier leider nicht mehr viel übrig. Gucken wir mal, ob wir uns hier noch die Krake sichern können. Unterstützer gibt es jetzt nochmal. Und das sollte die Krake sein. Was? Unsere Sekundär hat sogar den Kill gemacht. Und es gab noch Nahkampfexperten. Wie geil ist das denn? Aber sehr schöner Sieg hier. 71.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 74 Zieltreffer, 6 Ausfälle, 5 Schiffe zerstört, 3 Brände, 9 Zitadellen, 2 Sekundärtreffer. Und wie viele Medaillen haben wir hier bitte bekommen? Unterstützer gab es. Erstes Blut. Nahkampfexperte ganz am Ende. Doppelschlag gab es noch. Krake freigelassen. Vernichtnerschlag und das Großkaliber. Schauen wir uns das Teamergebnis an. Hier nette Runde. Starke Divisionsleistung hier auf jeden Fall. Und unsere Medaillen passen nicht mal links komplett auf den Bildschirm raus. Unser Unterstützer müsste das sein, ganz links nur minimal zu sehen. Sehr, sehr lustig hier auf jeden Fall. Ein bisschen schade, dass die Fahrer gut am Anfang noch die Königsberg rausgenommen hat. Da wäre natürlich ein bisschen mehr noch drin gewesen, wenn dort noch ein paar mehr Gegner da gewesen wären. Aber die Runde hat auf jeden Fall mal richtig Spaß gemacht. Schauen uns nochmal den Wirtschaftszweig an. 267.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch richtig was an Erfahrung hier. So Leute, das soll es auch mit der Runde mit der Königsberg in der vierten Arena-Saison gewesen sein. Richtig spaßige Runde auf jeden Fall, die wir hier hatten. Und die Nachladezeit war einfach der Wahnsinn mit den sechs Nachlade-Buffs und unserem Nachlade-Skillung-Bild, was wir sowieso genutzt haben. Da wirklich eine Nachladezeit von fast vier Sekunden erzielt. Das war natürlich richtig brutal. Bisschen schade, dass wir am Ende doch nur ein paar Seifen gegen die Zerstörer machen konnten. Und das nicht wirklich nutzen konnten gegen andere Ziele. Aber das war auf jeden Fall sehr geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.